hallo ihr lieben ich begrüße euch ganz herzlich mal wieder in wo w ja es war ich hatte glaube ich jetzt über ein halbes jahr oder ein gutes halbes jahr pause nichts gemacht in wo w es gab zwischendurch viele andere spannende dinge wie ihr wisst aber wenn es jetzt natürlich ein content update gibt bin ich natürlich sehr sehr neugierig und ihr seht auch hier schon auf dem screen sehret mortis bekämpft die gruppen des kerkermeisters die truppen die truppen es gibt auch noch irgendwie eine chiffre der ersten spießroutenlauf des kerkermeisters acht stockwerke gegen den tödlichsten feind aus allen bereichen von torgast torgast ihr wisst wie ich zu torgast stehe und er lernt die sprache des automats und schaltet mächtige belohnungen vor vorab eben wie gesagt ich habe ein halbes jahr kein wo w gespielt ich muss wahrscheinlich erst mal wieder so ein bisschen reinkommen stehe wie üblich ab und zu mal auf dem schlauch und ich denke die werden das noch mal aber ich denke weil serien mortis ich hoffe ich krieg da auch zugang weil ich ja auch beim packt jetzt überhaupt nicht hoffe dass es nicht packt abhängig nicht weiter gelevelt habe aber ich glaube da der quest gegen beginnen steht dass ich da chance habe das gleich anfangen zu dürfen ja ihr seht ihr jetzt auch so ein bisschen hier noch offene dailies und so aber das lassen wir erst mal links liegen und ich bin dann doch sehr neugierig was wir da erleben werden ich habe mich nicht gespoilert ich habe nichts darüber gelesen ich habe ein bisschen nicht so bilder habe ich gesehen als es angekündigt wurde aber um was es genau geht weiß ich eigentlich noch nicht wie immer denn ich finde es immer schön wenn man das dann aktuell erobert und die aha effekte hat und nicht vorher schon weiß oder kommt es und dann kommt es und dann ja gut ok genug gequatscht wir wollen mal loslegen und wir nehmen die quest an da ploppt gleich wir müssen den kerkermeister jetzt erneut verfolgen ich erwarte euch in oribos in oribos das interessiert mich nicht wir haben versucht den kerkermeister im sanktum der herrschaft aufzuhalten aber wir sind gescheitert er hat oribos in den schlund gestoßen die richterin bezwungen und den weg nach zehret mortis geöffnet es wird zeit dass wir ihm folgen echt hatte das in der kammer der richterin werden wir unseren eigenen weg bahnen beeilt euch schlund gängerin das schicksal der schatten lande und alle anderen reiche steht auf dem spiel sprechen metallinare in oribos und zur kammer der richterin zu reisen ich glaube ich hätte mal vielleicht noch meine alten videos angucken um zu gucken wie wir aufgehört haben ich weiß aber auch dass es infos gibt wahrscheinlich über die raids die ich jetzt noch gar nicht hatte oder ja story infos da müsste ich mich mal schlau machen weil ich ja nicht raiden gehe und man da oft auch wichtigen content mitkriegt der wenn man dann irgendwelche bösen schergen besiegt und so weiter ok aber nichtsdestotrotz reisen wir jetzt einfach mal nach ich habe jetzt nochmal schnell mein letztes video angeguckt einfach um nochmal alles ein bisschen in die gegenwart zu holen und ich muss ehrlich sagen ich habe das ganze was da passiert ist komplett vergessen wobei es ist tatsächlich so wenn ich die geschichte einmal spiele und dann nicht mehr dann ist so vieles wieder weg bei mir immer da drüben steht jemand mal gucken ob wenn jo aber wir sollten uns ja eigentlich wir sollten mit talinara sprechen schickt er uns da vielleicht rein kann es sein das ist der spießruten lauf des kerkermeisters schlundgängerin ich habe bereits nach euch gesucht man erzählt sich dass sich die truppen des kerkermeisters erneut in torgas sammeln kann euch nicht sagen was sie dort vorhaben doch ist bestimmt nichts gutes vielleicht solltet ihr ihre pläne durch kreuzen betretet das neue portal im eingangsbereich von torgas ich weiß unsere geschäfte werden lukrativ sein ja mal gucken also ich werde es mir bestimmt angucken aber mir auch nichts abbrechen so talinara war ja immer eher da vorne ich sehe hier nämlich auf der map gar nichts kein ausrufezeichen oder sonstwas aber einen pfeil sehe ich und viele menschen hier schon im kreis stehen und wahrscheinlich ein ähnliches ansinnen haben wie ich was mag eure vorsehung sein der primus erwartet uns in der kammer in der kammer der richterin sollen wir aufbrechen bis zu unserem nächsten gespräch der primus ist da alle abteilungen hier von den pakten okay er ist so riesig der feind ist unerbittlich uns fehlt noch ein letztes siegel um so wahl zu verfolgen ein letztes er wollte doch den schlüssel fertigen und brauchte da zeit das hat er doch ein halbes jahr zeit gehabt also bitte dank dem schlundgänger wurden die pakte ermäuert doch ein siegel steht noch aus um so wahl zu verfolgen dass der richterin obwohl sie in der finsternis verloren ist singt ihre stimme noch in uns gesegnet sei ihre stimme gemeinsam manifestieren wir das letzte siegel dies ist unsere vorsehung der weg ist frei einfach so ging das jetzt wie immer etwas was vorher so schwer schien okay wo ist denn der weg frei wo ist es wo ist es ist es wieder zu ganz da oben ganz da oben ich dachte jetzt hier mhm okay primus ich hab herzklopfen ja ähm schauen wir mal der weg nach serit mortis steht offen hier muss ich euch verlassen den ewigen ist es verboten an den ort ihrer schöpfung zurückzukehren so wahl hat das heiligste gesetz der progenitoren gebrochen diese reise müsst ihr allein antreten geht findet eine sichere stellung in serit mortis damit die streitkräfte der pakte euch folgen können dann werden wir den kerkermeister jagen und diesen wahnsinn ein ende setzen beginnt eure reise nach serit mortis indem ihr auf den animalwurm aufsitzt interessant das ist eigentlich jetzt ein bisschen ähnlich wie als wir hier in die schattenlande aufgebrochen sind ne äh da bin ja erstmal ich so durchgesprungen und ja so ein paar so ein paar ähm streitkräfte natürlich auch aber ich sollte dann auch erstmal gucken wo es lang geht mhm und wir bekommen auch mal wieder packstufen hihihi hinter diesem tor liegt sereth mortis das reich der ersten und das wahre herz der schattenlande fremden ist der zutritt verboten selbst dem pantheon des todes aber der kerkermeister darf nicht in das mausoleum eindringen die reise wird gefahren doch ich weiß dass ihr euch diesen stellen werdet geht uns nach eurer ankunft bescheid und die truppen der pakte werden folgen viel glück ah das tor steht offen nehmt den anima wörm und reitet hindurch weil meine eigenen mauns das nicht können ne könnten wir hier fliegen nö nur normal reiten deswegen brauchen wir diesen mana wörm na dann hoppen wir doch mal drauf ach du je ach du je schlundgebundene vernichtet sie reitet auf dem wörm in den kampf schnell wo kommen die denn jetzt her aber stimmt wir haben da ja auch irgendwie schon die ganze zeit so ne in filtrierung ich meine macht vernichtet diese eindringlinge ich erinnere mich dunkel dass da was war so wie kann ich denn hier jetzt schaden auszahlen einfach so muss gar nichts anvisieren oder es bringt nichts wenn ich was anvisiere es greift einfach vor mir was an ok ich muss da aufladen und dann wenn es voll ist kann ich die zwei benutzen irgendwie bisschen komisch oder vorsicht der kekermeister bekommt seine beute nein hier wurde getötet ihr seid auf dem rücken eines geflügelten seelenfressers gelandet schnappt euch die zügel äh festhalten haltet euch fest ah zügel wäre das gewesen ne zügel anziehen und dann haben wir noch äh tritt ok alles klar ich bin schon halbtot jetzt sieht er aber irgendwie bösartig aus oder geht jetzt durch das tor schnell das heißt es ist jetzt zerstört worden und wir sind alleine da und niemand wird uns nachfolgen na dann gute nacht schöne großmutter da liegt der geflügelte seelenfresser der hat es nicht durch geschafft und da vorne in der groß schlundgänger wo seid ihr ja kann ich auf dem wasser laufen haha schön oh wir sind im paradies gelandet wir haben alles überstanden wir werden ewig im paradiese leben haha schön wärs was wandelt da hinten ein automadiner seid gegrüßt das ist eindeutig nicht Oribos äh ja wir sind ja durchs portal gegangen richtet alle um euch herum auf hm ich bin gespannt sieht doch schon hübsch aus ein bisschen diesig ne man sieht nicht weit haben wir haben wir jetzt Red Mortis erreicht und wandeln wir hier gerade über Wasser ja da hab ich mich auch schon gewundert was für ein was für ein wundervoller Ort zumindest was ich durch diesen Nebel sehen kann ich glaube da hinten steht ein Bauwerk vielleicht finden wir dort ein paar Antworten begleitet Pelagos und erforscht die umgeben das Portal ist fort vielleicht das Werk der schlundgebundenen hoffentlich geht es Klaia und den anderen gut allein können wir nichts ausrichten wir müssen zurück nach Oribos gelangen und unsere Verbündeten holen sagst du so einfach nun gut ich würde mal sagen immer der Nase nach oder diese Wesen scheinen uns nicht zu beachten seltsam äh hallo da sind ja auch Roboter oh alles klar habe ich hier etwas davon verstanden es klang wie Musik aber auch wie eine Sprache hm dann laufen wir aber weiter gucken ob hier überhaupt irgendjemand meine Sprache versteht hier stehen so interessante Konstrukte herum wozu immer die nötig sind aber ist cool im Chat sieht man die Schrift auch genauso ich kann mal hier ausblenden seht ihr hier das ist mega cool und irgendwann wenn wir die Sprache lernen ähm ja dann können wir das auflesen noch mehr Scherken des Kerkermeisters nein 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 wir sind hier um ihn aufzuhalten genau aber wir brauchen einen Weg zurück zu unseren Verbündeten in Oribos könnt ihr uns helfen hm schlundgebundene sind selten so verwirrt lasst uns reden hihihi guck mal die Mauns mit den Nasen ich werde nicht zulassen dass Agenten des Kerkermeisters dieses Land entweihen ich habe hier Daten gesammelt als sich euer Portal öffnete dadurch wurden diese Mechanismen aktiviert welche die Tore versperren da ist es ja nur recht und billig wenn ihr die Torschlüssel einsammelt oder? wir reden während eurer Suche weiter elf vier ihm das Tor nach Serenmortis zu öffnen ich muss nach von meiner Expedition und Suche nach Serenmortis habt ihr gewiss gehört nö leider nicht doch die Mittler der Bastion erzählen von einer vor langer Zeit verschollenen Expedition verschollen? mitnichten ich habe dieses wundersame Reich des Wissens gefunden mhm gut dann gucken wir mal ach müssen wir jetzt hier dran ah sehr tief äh sehr tief zumindest kann man das den Grund nicht sehen ok dann viereckiges Objekt ich sehe gar keine wo sind sie denn Streitkräfte des Kerkermeisters breiten sich in Serenmortis aus wie eine Seuche gewiss will er in das Mausoleum schlecht schlecht gebt Acht seine Schergen sind überall was sind das denn für Konstrukte das sind die Automars sie pflegen Serenmortis und wurden von den ersten hier gelassen ok ich warte gerade mal den Tooltipp nur lesen wurde noch nie von sterblichen Händen berührt berührt bis jetzt sorry aber vielleicht hat das ja auch ein gutes dann soll man das jetzt hier einsetzen zack oh oh Sesam öffentlich nun vorwärts viereckiges und dreieckiges Objekt haben wir ja schon reingesteckt ihr seid stärker und geduldiger als ihr aussieht naja das war ja jetzt kein Act oder um den Kerkermeister aus Serenmortis zu vertreiben müssen wir alle unsere Ressourcen gegen den Feind aufbringen in einem Repositorium ganz in der Nähe liegt ein Objekt von potenzieller Macht aber die Verteidigung der Kammer reagiert nur auf Automars ich würde niemals einen von ihnen schaden aber ich habe eins gefunden das nicht mehr funktioniert wenn ihr seine Hand extrahiert könnten könnte uns das diese interaktive Gliedmaße Zugang zu dem Repositorium verschaffen ich verabscheue es eigentlich die Schöpfung der Ersten so zu missbrauchen aber wir dürfen nicht zulassen dass die Schlundgebundenen dieses Reich besudeln kommt ihr werdet etwas für mich beschaffen das ich brauche hier die Hand sie ignorieren euch solange ihr sie nicht verärgert ich bin auch ganz lieb Barnaby und Poli kommen übrigens mit da hinten Sphäre der Euphorie was ist das? beträgt er das neue Portal nein das blenden wir mal aus tut mich sonst immer ablenken hier dieses hier ist inaktiv aber noch von Nutzen also bringt mir seine Hand hier drin? Genesis Alkohol ok das bewegt sich dann aber nicht plötzlich oder? wenn ich da jetzt was abmontiere passt auf ah nicht S sondern etwas anderes so jetzt will ich hier erstmal wieder in die WoW Steuerung kommen das dürfte eigentlich ziemlich schnell gehen das ist das einzige Spiel wo mein Zellgedächtnis hervorragend funktioniert interessanterweise in den anderen Spielen vergesse ich es sehr schnell aber hier muss ich sagen weg da mit deinem Gepuste haben wir die Hand? oh ja sieht gut aus was sind das für Dinge ganz neue Effekte irgendwie ne? haben sie sich ein bisschen was Neues ausgedacht ähm ich würde raus er hat auch irgendwas geschrien was wir nicht verstanden haben ich mach mal hier ein bisschen ähm paar Sachen weg ähm warte her mhm 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 so dann kann ich nämlich den Chat auch offen lassen wenn da nicht irgend so ein komisches Geschmurxel von anderen Spielern dauernd erscheint und ähm und ähm irgendwie privat anflüstern tut mich gerade eh keiner weil keiner mehr spielt den ich kenne schade schade aber hm ist so weil ähm Gilden Chat und sowas möchte ich natürlich nicht dass das dann einfach im ähm in der Aufnahme lesbar ist man weiß ja nie was die Leute so schreiben und deswegen hab ich den immer ausgeblendet aber wenn es jetzt reine ich find's jetzt gerade interessant wenn man den Chat sieht eben wegen dieser Zeichen damit ihr auch seht was da los ist also werde ich jetzt einfach alles andere ausblenden was vielleicht nicht ganz passend ist und dann habt ihr einfach den Info-Chat auch da unten ihr stört meine Forschung ähm nein ich helfe dir doch ich gebe zu dieses Ergebnis hatte ich nicht erwartete ich auch nicht die Geheimnisse sollten uns doch ignorieren sind wundersam solange ihr sie nicht verärgert das habt ihr aber seid ein wenig vorsichtiger hä du hast gesagt wir sollen es machen sonst hätte ich nie irgendeine Hand abgeschraubt also bitte hei 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 seht ihr die Muster die Fraktale die sind halt jetzt alle agro ne alarmiert ich hoffe sie beruhigen sich wieder wenn ich hier ein Weilchen einfach still stehe oje mini dies ist lediglich ein bedauerlicher Rückschlag es scheint als wären die Automas Automas nicht gerade glücklich dass wir uns die Hand ihres Kollegen geholt haben sie sind ausgesprochen feindselig leider können wir nicht zulassen dass dies unseren Fortschritt aufhält die Hand des Automa sollte eine Konsole im Repositorium des Genesis aktivieren ich glaube darin befindet sich ein Objekt mit großem Potenzial wenn ihr es habt zeige ich euch einen Ort über den ihr vielleicht eure Verbündeten erreicht die ihr zurückgelassen habt seid ihr einverstanden? aktiviert mit der Atoma Hand eine Automa Konsole und holt euch den Schatz des Repositoriums während meiner Zeit in Seret Mortis habe ich mir stets die größte Mühe gegeben die Automas nicht zu stören und bisher haben sie mich kaum beachtet es scheint als hätte sich das mit den jüngsten Ereignissen geändert lasst es mich noch einmal ganz deutlich sagen ich will die Schöpfung der ersten auf keinen Fall verletzen aber sollte im Laufe eurer Bemühungen ein Konflikt mit den Automas unausweichlich werden müssen wir dafür sorgen, dass es nicht umsonst war wenn ich die Fragmente gefallener Automas untersuche finde ich vielleicht etwas, das uns gegen die Schlundgebundenen hilft seid vorsichtig ach, jetzt soll ich also auch noch welche töten damit er an noch mehr Fragmente kommt beziehungsweise Einzelteile, hm? Ersatzteile sammelt zwölf intakte Automa Fragmente von alarmierten Automas im Westibül soll man die da gerade nehmen, die hier so vor uns herumtänzeln so wir müssen noch wieder looten da muss ich mich auch dran erinnern so viele Spiele gespielt, wo man nicht looten muss das wäre doch auch mal was, oder? so eine Neuerung w.o.w. ich meine, sie haben ja jetzt schon den Area Loot in dem her nicht ganz so wild aber so dass man gar nicht mehr looten muss ja, natürlich auch nicht schlecht vier stück haben wir schon, oh es geht ja fix mhm, mal gucken, wo müssen wir denn hin? eher in die Richtung, ne? die andere Quest oh hier und diese Automa, ähm Pets auch nicht schlecht, das heißt dass wir ah okay, der war schon irgendwie angetackt ähm dass wir da auch noch ein paar Pets wahrscheinlich uns aneignen können wobei, da war ich sehr schlampig in letzter Zeit mit mit, mit Tiere zähmen so, so, ähm systematisch da ist ne Rune wir können nichts machen komm, wir holen uns die mal also in den ganzen neuen Gebieten habe ich nicht sonst habe ich immer ganz brav dann ähm die kleinen Begleiter auch alle eingesammelt schon allein für die Erfolge aber das habe ich jetzt höh oh, sowas finde ich gut dann hat man selber noch nicht mal was davon aber, oh, was ist das? wird zerstört und hatte ich da was davon? aber man hat ja erfahren, also so viel weiß ich manchmal kriegt man halt doch was mit so ganz spoilerfrei kommt man nicht durch die Internetwelt dass sie ja diese Barriere zwischen Allianz und Horde äh zumindest teilweise lüften wollen da bin ich gespannt drauf so dass man irgendwie miteinander spielen kann in Zukunft und so ich bin gespannt wie sie das machen wollen das hat ja dann schon mal was und ich glaube auch ein Wunsch von einigen irgendwie kriege ich gerade tatsächlich wieder Lust ein bisschen mehr ein WoW zu machen mal schauen ob ich es hinkriege zeitlich es ist ja nicht unbedingt ein absolutes Desinteresse oder eine absolute Enttäuschtheit sondern es ist tatsächlich ich habe keine Zeit ich habe keine Zeit all das zu spielen was ich gern möchte und dann muss ich halt immer Prioritäten setzen und das andere dann erstmal außen vor lassen aber das fällt mir sehr schwer ja, wie komme ich denn? ah, so komme ich dahin aufstellen schlundgebundene, gebt acht ich gebe immer acht oh, sag mal da, ein Wächter das sieht aber nicht so aus wie einer der hierher gehört wie ein Automaton ich muss mich einmischen ich muss mich einmischen mein Job wie? den Schnurr kannst behalten und jetzt nehme ich mir hier dieses den urzeitlichen Kern ich wollte gerade sagen Auge fühlt sich warm an und erzeugt ein kontinierliches leises Summen ja, ausgefordert wird man einfach so also ich, ich, ich fände es ganz gut, wenn die Feindseligkeit sich wieder beruhigen würde ich will hier eigentlich nicht Unruhe hineinbringen Guck mal, ich habe ja was gefunden da seid ihr ja ihr hattet hoffentlich Erfolg ja guck mal, ich habe hier so ein Auge gefunden da habt ihr das Objekt aus der Konsole? oh ja Fierim, reißt euch den Kern förmlich aus den Händen faszinierend, ich habe schon viele Automakerne untersucht aber dieser hier strahlt eine mir vollkommen neue Energie aus oha habt ihr irgendwelche hilfreichen Fragmente gefunden? ja, jede Menge hier wandelt auf dem schmalen Grad zwischen künstlicher und organischer Existenz der Verlust dieses Automas ist zwar bedauerlich aber die Fragmente könnten meine Forschungen ein gutes Stück voranweigen ich hätte nicht gedacht, dass ich heute eine lebendige Sterbliche und einen Kyrianer treffe, aber eure Hilfe war ein wahrer Segen bevor ich mich näher mit diesen Automakern beschäftige führe ich euch noch mehr was, führe ich euch noch zur Zuflucht? unsere Expedition hat diese Siedlung gegründet das ist ja unser Glück, weil sonst könnten wir mit gar niemandem kommunizieren, ne? meine Kollegen haben mich zwar verbannt weil ich ihre dogmatischen Lehren der Erleuchteten infrage stellen wollte, aber ich würde es trotzdem nur ungern sehen wenn der Kerkermeister die Zuflucht einfach auslöscht helft ihnen, dann helfen sie euch vielleicht zu eurem Verbündeten zurückzukehren das Gleichgewicht von Geben und Nehmen liegt schließlich in der Natur aller Mittler verlasst mit Firim das Repositorium der Genesis komm, mein treuer Bombarder bringt euch sicher an unser Ziel oh, darf ich jetzt da auf dem Reiten? oh ja, dann lass uns mal höppen Holly! die ersten habt ihr sie je gesehen? leider nicht sie sind schon lange fort vielleicht ruhen sie im Mausoleum oder sie sind jetzt anderswo mit den Geheimnissen des Mausoleums könnte man den Kosmos neu erschaffen der Kerkermeister darf nicht hinein gelangen ja, das ist ja sein Ziel vielleicht sind wir zu spät seht schlundgebundene greifen die Zuflucht an na, dann gibt's schon was zu schnitzeln ihr muss ich euch verlassen meine ehemaligen Kollegen und ich haben philosophische Differenzen ja, hast du ja schon mal gesagt wenn jetzt wenn jetzt die anderen Spieler, die schon fleißig waren schon ihren Pakt auf Maximum haben kriegen die dann auch nochmal Ruhmstufen gibt's neue Ruhmstufen? weiß ich gar nicht oder krieg ich die jetzt hinterher geworfen, weil ich hinterher hänge und damit ich aufhole das könnte natürlich auch sein jetzt würde ich dann erst ne, würde ich gar nicht ich hab ja niemanden, der maximal hat na, egal hier nehmen wir Abschied dort liegt die Zuflucht mit meinen mir fremden Brüdern wir sind keine Freunde aber die schlundgebundenen dürfen dieses Land nicht zerstören mögen die ersten euch leiten und dann verknuselte er sich näher, wir werden ihn vielleicht nochmal wo treffen Firim hat diese erleuchteten Mittler nicht gerade im besten Licht dargestellt er wirkt allerdings auch etwas exzentrisch wie dem auch sei wenn wir den Kontakt mit unseren Kameraden in Oribos wiederherstellen und den Kerkermeister besiegen wollen werden wir in Ceren Mortis Verbündete brauchen die schlundgebundenen scheinen sich vor den Toren der Zuflucht zu sammeln wir dürfen nicht zulassen, dass noch mehr Unschuldige der Niedertracht des Kerkermeisters zum Opfer fallen hoffen wir, dass die Erleuchteten unsere Hilfe begrüßen werden nach euch, meine Liebe betretet die Zuflucht und trefft euch mit den Erleuchteten ohja die Frage ist sind die jetzt alle mit dem Kerker ja ok, der Kerkermeister ist ja vor uns da rein und hat natürlich die alle mitgenommen die sind ja jetzt nicht mit uns hier reingekommen, sondern die stecken da wahrscheinlich schon eine Weile hier drin unsere Schilde wurden durchbrochen ja ich bin kein Feind der schlund mag sie geschickt haben bringt sie zu den ältesten jetzt müssen wir uns erst beweisen und hier kennt uns ja keiner niemand weiß, was wir für eine gute Lichtheldin sind was ist das? die Dunkelheit des Kerkermeisters er greift die Zuflucht an aber ich, ich bin doch nicht wir sind Verbündete ich bin Pelagos aus der Bastion und das ist der Schlundgänger unmöglich nichts als eine Lüge damit wir die Barriere senken ähm, kennen die sich da aus? sucht ihr Antworten der Schlundgänger, unmöglich ähm, wir kommen aus Oribos und verfolgen den Kerkermeister wenn ihr keine Kreaturen des Schlundes seid, beweist es vernichtet diese Monster wir haben ja schon ein bisschen ein paar verschnetzelt wenn es nicht in eurer Macht steht uns zu helfen dann müsst ihr gehen viel Glück mit euren ja hier kriegt man die Embleme hinterher geschmissen das ist bestimmt ein Boost für die, die es noch nicht haben die Schlundgebundenen versammeln sich direkt vor unseren Toren sie planen eindeutig uns zu überrennen die Erleuchteten wollen doch nur die Wunder der Ersten in Frieden ehren die Erleuchteten wollen doch nur die Wunder der Ersten in Frieden ehren sind sie die Erleuchteten? die Verteidigungsbarriere der Zuflucht soll uns lediglich vor kleineren Gefahren schützen wir hätten niemals erwartet, dass die Streitkräfte des Kerkermeisters uns angreifen würden ihr sagt, wir wären Verbündete Sterbliche? dann helft uns dieses heilige Land zu beschützen besiegt 13 Schlundgebundene Zeit für euch zu gehen und sie hat auch noch was? die Schlundgebundenen besitzen furchtbare Waffen, die dunkle Magie sammeln und gegen unsere Tore schleudern die Verteidigungsbarriere um die Zuflucht wird nicht mehr lange halten und dann wird alles was wir sind, alles was uns wichtig ist, einfach ausgelöscht wenn ihr wirklich seid, wer ihr behauptet zu sein, dann beweist es uns zerstört die Waffen des Feindes und rettet unser Zuhause ich bete zu den Ersten, dass ihr Erfolg habt vernichtet vier Schlundzerstörungen ich werde hier sein, wenn ihr mich braucht ältester Kress, die Chiffrin sprechen von der Ankunft lebender Sterblicher, die den Schattenlanden helfen könnte dies doch ein Schlundgänger sein? Unmöglich, wir sind bei den Chiffrin noch ganz am Anfang lasst euch nicht von Torheit leiten, wie der ungläubige Fährin die heiligen Worte kündeten eine Finsternis an nun ist der Kerkermeister hier bezweifelt ihr, dass der Teil mit dem Schlundgänger auch stimmt? nie würde ich die Prophezeiungen der Ersten anzweifeln aber diese sterbliche Seele und der Kyrianer müssen sich unser Vertrauen erst verdienen wie immer wie immer und überall was ist denn das hier für ein Gerät? alter Translocator das ist nämlich hier auch als Icon angegeben aber wir warten mal einfach nur die Geschichte wird es uns schon alles beibringen schon lundgebundener Läuterer, der sieht stark aus ja, Elite halt ok, dann räumen wir hier doch mal auf halt looten ah, sind das die Dinger? hier hier schon ein Hund Zerstörer ach, ich fühle mich gleich wieder zu Hause aaaaah ok ich sollte mich nicht so wohl fühlen oh, da steht noch einer na, manche sind ein bisschen stabiler also dieses Ding sieht ja aus wie so eine Riesenausgabe also mal abgesehen davon, dass es noch ein paar mehr solche komischen Öffnungen hat wie eine Riesenausgabe von der Google, die wir da gelootet haben, ne? die wir da aus diesem Lager geholt haben ok, die sind da ziemlich zäh, da diese vielleicht halten uns lieber an die anderen ich würde eigentlich mal tanken hier, ich habe den noch angeschossen meine lieben Pits ja, da drüben steht noch einer der lässt hier nur diese komischen Kugeln los, oder? oder kommen die woanders her ja, ja, das macht der wir brauchen noch ein paar noch zwei noch zwei noch zwei Kisten hat es ja auch wieder, sehe ich unterbrechen kann ich auch hoch und überall so Kugeln die haben nämlich irgendwie ein bisschen an an New World da liegen auch so Kugeln herum in der Pampa und da sind auch irgendwelche Aktivierungssphären dort ich hätte gerne einen einzelnen da sind jetzt alles so mehrere naja da jetzt haben wir alle und wo sollen wir hinkommen? das ist ja groß hier und inseln und alles drumherum so hier soll die Kiste sein bestimmt nicht so einfach zu erreichen irgendwo da oben, hä? äh, 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 äh ich wundern sieht so aus wie kommt man denn da hoch? hüpfend? oder kriegen wir irgendwann demnächst noch irgendwelche besonderen Gadgets? naja, wir lassen es erstmal noch wir questen erstmal bevor wir hier mühsam was abgrasen vielleicht kriegen wir ja noch ein paar Vereinfachungen ihr habt Eurenmut mehr als bewiesen aber das scheint den Feind nur anzustacheln kommt nicht so bald wieder seid gegrüßt ihr habt uns etwas Zeit verschafft sterbliche der Segen der Ersten sei mit uns allen es sind zu viele unsere Verteidigung bricht da ist er ja das heißt er zieht jetzt ab? das wäre schon mal schön ist das das Mausoleum? der Kerkermeister hat seine Streitmacht zurückgezogen ich sollte erleichtert sein aber ich fürchte das heißt nur sie haben einen Weg in das Mausoleum gefunden die älteste Ara schaudert trotz der Zweifel des ältesten Kret habt ihr euch als wahre Verbündete erwiesen und davon könnten wir noch mehr brauchen direkt nach unserer Ankunft in Sereth Mortis haben wir einen inaktiven Portalstein gefunden denn wenn ihr tatsächlich eine Schlundgängerin seid und all die Prophezeiungen stimmen dann könnt ihr ihn aktivieren und wenn eure Verbündeten diesen heiligen Ort retten können dann müssen wir ihnen einen Pfad ebnen ich geleite euch zum Portalstein folgt mir oh wie praktisch den heiligen Worten nach setzen die ersten Portalsteine an wichtige Orte wo sie eines Tages gebraucht werden würden die Portalsteine reagieren nur auf die lebenden Sterblichen die das Reich des Todes retten sollen die Schlundgänger ja dann hätten sie es doch gleich daran testen können ob ich einer bin oder sich erfüllen aber nein man muss natürlich erst anders getestet werden und ja das kann natürlich nur ich weil sonst wären sie ja wieder rausgekommen wenn sie es hätten machen können eieieiei also dann wollen wir mal wie immer der Portalstein wird sich euch öffnen wenn dies der Wille der Ersten ist damit wir auch schön brav wieder zurückkommen im Notfall na ähm wir müssen nochmal durchgehen und jetzt ist wahrscheinlich auf der anderen Seite Chaos in Oribos oder wie da waren doch die Dämonen okay sie stehen hier alle der Arche und sei Dank ihr lebt ja Claire Sereth Mortis ist voller Wunder ich muss euch so viel erzählen ihr seid wohlauf welch eine Erleichterung hier sieht so klein aus gegen die anderen hier Schlundgängerin dem Licht sei Dank dass euch und Pellagos nichts geschehen ist nach eurer Flucht aus der Kammer der Richterin haben wir die Nathrezim besiegt aber sie haben das Portal sabotiert das heißt nachdem die Magie des Schlundes geläutert ist steht das Portal dank des Primus nun hier okay er war sicher ihr würdet einen Anker auf der anderen Seite finden damit wir Sereth Mortis erreichen können und nun beginnt unsere wahre Aufgabe wir müssen Anduin retten und den Wahnsinn des Kerkermeisters aufhalten klingt nach einem Plan ich bin erleichtert dass ihr die Passage nach Sereth Mortis überlegt überlebt habt nach allem was ich von der Unterhaltung zwischen Pellagos und Klee mitbekommen habe war es wohl eine wirklich unglaubliche Reise diese erleuchteten Mittler könnten sich als wertvolle Verbündete erweisen ihr Wissen über die Automas und das Land selbst sollten uns im Kampf gegen den Kerkermeister gute Dienste leisten unsere Streitmacht ist bereit euch nach Sereth Mortis zu folgen die alles entscheidende Schlacht erwartet uns Luna spricht mit dem ältesten Kret in Sereth Mortis oh irgendwo eine neue Waffe der Schlundgänger hat uns den Weg gezeigt packt Truppen auf nach Sereth Mortis hey Musgrim wir stehen an eurer Seite Jaina Shandris König Thoras Trollmann Darion und Bolvar Bolvar kommt jetzt auch mal mit der hat doch immer gesagt er muss hier bleiben weil bla die Kräfte an dem Reisen ich weiß es nicht mehr so ganz genau aber ok ich werde mir nochmal alles angucken was ich da so bis jetzt erlebt habe einfach zum Auffrischen in der nächsten Zeit